Woran denken wir, wenn wir den Fortschritt im Blick haben an ein besseres Leben? Aber kommt vor dem Fortschritt nicht erst das Sehen und Beobachten, das Messen und Analysieren? Wir bei Carl Zeiss streben danach, die Grenzen des Machbaren zu verschieben und in Dimensionen vorzudringen, die noch niemand zuvor erreicht hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir kontrollieren das Licht für kleinste Strukturen, damit Mikrochips entstehen, die in Zukunft noch mehr können. Musik Musik Wir wollen den Geheimnissen des Lebens auf die Spur kommen. Und dazu beitragen, das Gleichgewicht der Natur zu verstehen. Musik 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 Das Augenlicht zu erhalten. ist eine unserer schönsten Aufgaben. Musik Wir helfen, faszinierende Perspektiven zu entdecken und das Außergewöhnliche festzuhalten. Musik 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 Wir ermöglichen es, selbst bei schlechtem Licht richtig gut zu sehen. So wird das Sehen zum Erlebnis. So wird das Sehen zum Erlebnis. Musik Musik Wir machen Präzision messbar und helfen, Formen zu optimieren. Musik 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 Wir bezaubern mit Details und rücken die Natur in greifbare Nähe. Wir holen die Sterne vom Himmel und bringen das ganze Universum gleich mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Moment, in dem Visionen Wirklichkeit werden. Für diesen Moment arbeiten wir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020